Hallo und willkommen bei INFORM hier beim SWR Sport mit mir Fernanda Brandau und heute trainieren wir den Bauch, den Sixpack, den wir alle haben wollen und oft nicht wissen, wie wir da hinkommen. Wir werden alle Muskeln ausgiebig trainieren in einem Intervall-Training und wir beginnen nun mit einem kurzen Warm-up von 1 Minute 15. Es gibt auch ein XL-Format, wenn du dir ein längeres Warm-up wünschst. Viel Spaß und einatmen. Und ausatmen. Und nochmal einatmen. Und aus. Wir rotieren den Oberkörper, das heißt wir drücken das Brustbein nach vorne, über die Seite, nach hinten, Seite und vor. Du machst einen Kreis. Wenn ihr denkt, wow, das ist aber eine komische Übung. Nein, sie will ein Körpergefühl für euch entwickeln. Wir wechseln die Seite. Beim Sport geht es nicht nur darum, toll auszusehen, sondern wirklich zu fühlen. Was macht unser Körper? Ein Gespür dafür zu entwickeln. Der Körper ist das Haus der Seele. Da müssen wir lange drin wohnen. Und deswegen solltet ihr euer Haus gut einrichten und gut kennen. Nur nach vorne und nach hinten. Vor, rück, vor. Übertreib richtig. Lass die Schulter senken. Lass sie fallen. Und die Arme öffnen dabei. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Beugt ein bisschen deine Knie. Und nach oben und Mitte. Oben, Mitte. Diese Übung kannst du dann zum Beispiel nach deinem XL-Warm-up einfach dranhängen, um Mobilität in deine Mitte zu bekommen. Wir beginnen nun mit dem Zirkel. Und unsere erste Übung ist ein Mountain Climber. Es geht um die gerade Bauchmuskulatur und die Technik dazu. Die zeige ich dir jetzt. Komm mit mir in die Plank-Position. Das heißt, die Arme sind senkrecht unter den Schultern. Deine Beine sind angespannt. Dein ganzer Körper ist angespannt. Genau. Das ist unsere Ausgangsposition. Und wir ziehen die Knie nach vorne. Abwechselnd. Als ob wir wirklich hochlaufen und einen Berg besteigen. Schön atmen dabei. Das ist immer wichtig. Macht diese Bewegung nicht irgendwie und unkontrolliert, sondern bewusst, geschmeidig und mit viel Atmung. Let's go. Mountain Climber. Go. Da passt unser Hintergrund perfekt. Stellt euch vor, wir müssen da hochkommen. Und zwar in diese Position. Und noch ein bisschen schneller werden. Komm, so schnell wie du kannst. Dabei geht dein Popo automatisch ein bisschen weiter nach oben. Das ist völlig in Ordnung. Es ist ja nicht die Plank. Sondern der Mountain Climber. Und noch ein bisschen schneller werden. 40 Sekunden haben wir noch. Spann deinen Bauch richtig an. Der sorgt für die nötige Stabilität und Halt in dieser Übung. Und noch ein bisschen schneller werden. Und noch 20 Sekunden. Komm, du kannst noch nicht schlapp werden. Weitermachen. 10 Sekunden. Und lösen. Bei der nächsten Übung bleiben wir in der Planke. Und da geht es um alle Bauchmuskeln. Wir werden kleinen Schwierigkeitsgrad dran packen. Nämlich ein Fuß in die Luft heben. Ihr kennt ja unsere Plank-Position. Komm mit mir hinein. Wir gehen in den Unterarmstütz. Die Linie bleibt gerade unter deiner Schulter. Popo ist tief. Und du wirst einen Fuß in die Luft heben. Die Ferse zeigt nach oben. Also dreh deine Fußspitze nicht zu mir, sondern zum Boden. Einmal kurz durchatmen. Neue Energie tanken. Ausatmen. Geh in Position. Jetzt kommt deine Planke. Nimm mal die Hände zu einer Faust. Schönes Dreieck. Stabil mit dem Unterarm. Und ein Bein nach oben. Wisst ihr was? Viele Leute haben heutzutage Rückenschmerzen. Ohne Ende. Bandscheibe-Probleme. Bandscheiben-Vorfälle. Hexenschuss. Ich kenne viele Leute, die wirklich sehr jung sind und schon diese Probleme haben, weil sie zu viel sitzen, weil sie sich zu wenig bewegen. Und ich sag euch was. Ein Schlüssel zu einem gesunden Rücken ist ein starker Bauch. Das ist nämlich der Gegenspieler. Der Bauch stützt den Rücken. Wir wechseln die Seite. Ist einer von den beiden geschwächt, kommt es zu einer Disbalance. So können wir uns schnell verletzen. So versucht der Körper zu kompensieren. Und das möchten wir nicht. Deswegen machen wir diese Planke. Um unseren Bauch zu stärken und unseren Rücken gesund zu halten. noch 11 Sekunden. Noch 11 Sekunden. alten Folgen. In unsere letzte Bauchfolge haben wir sie gehabt. Allerdings statisch. Wir werden die Side-Planke jetzt dynamisch machen. Das bedeutet, du bist mit den Füßen gerade auf der Matte. Beide Fußkanten sind aufgestellt. Du drückst die Hüfte nach oben. Und hier ist dein Arm. In einer Linie. Und was wird passieren? Du wirst hier beugen und wieder strecken. Und beugen. Also eindrehen und strecken. Ich bändige meinen Ton. Und dann machen wir sofort weiter. Mit Side-Planke. Füße aufstellen. Nebeneinander. Beide Fußkanten auf dem Boden. Los geht's. Und rein. Raus. Und rein. Wenn du reingehst, geht die Hüfte ein bisschen nach oben. Und wenn du rausgehst, bildet sich wieder eine Linie mit deinem Körper. Der Blick folgt der linken Hand. Und eindrehen. Und aus. Du atmest hier ein. Und aus. Und ein. Und aus. Schöne Übung, ne? Ein. Aus. Und wir wechseln die Seite. Zuerst die Hand. Beide Fußkanten aufstellen. Beine strecken. Hüfte hoch. Arm strecken. Und wenn du stabil bist, los geht's. Eindrehen. Strecken. Eindrehen. Strecken. Ausatmen. Einatmen. Aus. Ein. Aus. Ein. Fünf. Und letztes Mal. Setz dich auf deinen Popo. Die letzte Übung. Ist eine wundervolle Übung. Ich liebe sie. Hundreds. Dafür gehen wir in die Rückenlage. Und da diese Übung aus dem Pilates kommt, achten wir besonders auf unsere Atmung. Es geht darum, das Powerhouse zu aktivieren. Wie geht das? Atme tief durch den Mund ein. Atme aus. Spann deinen Bauch an. Und komm mit deinem Oberkörper nach oben. Das hier bleibt angespannt. Du atmest nur noch in die Flanken rein. Deine Arme sind gestreckt. Und bouncen. Deine Beine kommen hoch. Bereit? Los geht's. Bounce. 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 Die gesamte Kraft kommt aus der Körpermitte. Das ist das, was deine Beine und dein Oberkörper in der Luft hält. Und wenn du hier ein bisschen schneller wirst, spürst du, wie du wirklich einen physikalischen Widerstand entwickelst. Das fordert noch mehr. Die Spannung der Bauchmuskulatur, aber auch die des gesamten Körpers. Yes. Sehr gut. Bleib dabei. Noch 35 Sekunden. Das sind die guten alten 100. Und wenn du merkst, oh, du bist wackelig, drück deinen unteren Rücken noch mehr in die Matte. Und versuch den Bauch flach zu lassen. Also in die Seiten zu atmen. Nicht in den Bauch hinein. Nicht in den unteren Bauch. Noch 10. Lass deine Kommentare da. Ich will wissen, wie sich die Handels für dich anfühlen. Und wie es dir zwischen und nach dem Training ergangen ist. Kurze Pause, kurze Entspannung. Roll einmal dein Steißbein nach oben. Und mache einen Bogen mit deinem Bauch. Eine kurze Entspannung. Denn wir kommen jetzt zu dem besten Teil des Intervalltrainings, nämlich den Flow-Teil. Das heißt, ohne Unterbrechung, wir verbinden alle Übungen und trainieren den gesamten Bauch ohne Pause. Komm mit mir in die Rückenlage. Wir beginnen mit dem Crunch und machen verschiedene Variationen. Ich freue mich drauf. Was geht's? Ausatmen und einatmen mit Tempo. Go! Hebe ganz bewusst deine Schulterblätter vom Boden. Zieh dich Richtung Decke, als ob jemand mich an meine Zöpfe nach oben ziehen würde. Hol die Kraft aus der Körpermitte heraus, aus dem Bauch. Okay. Und jetzt bringen wir den Ellenbogen zum Knie und das andere Bein bleibt in der Luft. Das heißt, öpp und wechseln. Schnell! Und wieder langsam. Halten. und wechseln. Und wechseln. Letztes Mal. Streckt das Bein aus und wir machen eins, zwei, wechseln. Eins, zwei, eins, zwei. Der untere Rücken ist ganz fest mit dem Boden verbunden. Da passt kein Blatt Papier zwischen. Hier arbeitest du nicht nur an deine Bauchmuskeln, sondern auch an der Dehnung deiner Beine. Letzten vier, drei, zwei, eins. die Beine bleiben in der Luft, die Hände sind neben dem Körper. Reverse Crunch. Hoch. Hoch. Mach es ganz kontrolliert, ohne Schwung, nicht das hier, nein, nein, sondern nur nach oben und ab. Vier noch. Drei. Zwei. Kleine Gemeinheit. Twist. Hoch. Twist. Hoch. Senke. Hoch. Twist. Hoch. Senke. Zweimal noch. Hoch. Twist. Hoch. Senke. Letztes Mal. Sehr gut. Stell deine Füße auf. Roll dein Becken nach oben. Von unten. Vom Steißbein angefangen. Einatmen. und mit der Ausatmung rollst du dich hoch. Nimm die Hände hinter deinem Rücken. Mach einen Bogen und streck deine gesamte Bauchmuskulatur. Sehr gut. Und langsam abrollen. Wirbel für Wirbel. Ihr kennt das Spiel hier. Lass ein Like für uns. Abonniert den SWR Sport Channel. Und einen Geheimtipp habe ich für euch. Alle fragen mich, wow, du hast ein Sixpack, wie machst du das? Ich trainiere gar nicht so viel Bauch. Ich trainiere ganz Körperübungen, ganz heilige Übungen. Wie zum Beispiel die Plank, wie die Lunches. Ihr könnt auch gerne bei unseren Folgen schauen, wo wir die Beine trainieren. All diese Übungen helfen mir, einen super Bauch zu haben, obwohl kein einziger Crunch dabei ist. Also kombiniert immer nicht nur eine Übung, sondern denkt ganzheitlich. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal hier bei Inform. Untertitelung des ZDF, 2020